Was geht, was geht, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge GTA San Andreas im Remastered. Freunde, wie immer natürlich. Dankeschön erstmal an die ganzen Unterstützer des letzten Videos. Vielen Dank für die Unterstützung, ja, für den Support halt. Macht gerne weiter so. Lasst auch hier gerne ein Like da als Support. Und wir machen weiter. Videobeschreibung auch gerne abchecken. Guck mal hier, Alter, was haben die für Buckel, Alter. Das ist ja unfassbar, Junge. Ja, Videobeschreibung gerne abchecken. Gewinnspiel mitmachen, das läuft immer noch für den November. Macht da gerne mit, Freunde. Könnt ihr das Spiel eure Wahl gewinnen oder gut haben, was ihr so braucht. Wo ist der Kollege, der hier gerade angezeigt wird? Oben, glaube ich, oder? Muss ich hier hoch? Hier muss ich hoch, oder? So. Okay. Ja, Freunde, und ihr habt gut rein supportet. Deswegen gibt es diese Folge auch heute wie die andere Folge. Also Doppelfolge, du weißt Bescheid. Liebe, Liebe für die Videos. Muss ich einfach raus? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich nix wissen. Wo ist der Typ? Schild der hier oben? Ja, das ist ja der, ach ja, das ist ja, stimmt. Stimmt! Ich dachte, das wäre nur noch der Typ übrig. Du kannst ja gar nichts. Wir holen uns jetzt den Samurai-Opa. Komm. Komm, wo bist du, hä? Ich glaube, der ist tot. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein. Ja, komm, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, das ging schnell. Das ging schnell. Sehr gut. So, runter hier. Nein, 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 nein. Dann komm, zieh dich hoch, CJ. Kriegst deine ganze Muskelmasse nicht mehr hochgehievt, oder? Komm, CJ, raus hier, ey. Raus. Weg von der Mission, recht langsam. So, okay. Ich glaube, das hätten wir jetzt. Oh, 15.000 Cash, ey. Oh, shit. Nice. Sehr gut, ey. Tja, hat's ja gelohnt auf jeden Fall. Kann man hier hochballern? Ja, kann man. Wenn man cool ist, kann man das. Oh, shit. Hey, Cesar. Die Yee liefen San Fierro, right? Right, but they're using bike, CJ, and they go cross country. Nein. Not right now. I gotta check in and some shit. Nervlich. Ähm. Ach ja, stimmt. Ich hab ja meine ganzen... Ach, krass. Ich hab ja meinen ganzen Waffen verloren, ihr Schweinemann. Weil man die Mission gemacht hat. Ey, was ist das für eine Scheiße, ey? Die kriegt man ja wirklich nicht zurück. Das ist ja frech, ey. Das ist ja frech, Junge. So, ähm... Die Triaden sind am Start. Sollen wir mal ganz kurz... Sollen wir mal einmal in die Fahrschule reinschauen? Komm, gucken wir mal einmal in die Fahrschule rein. Fahrschule kenne ich nur noch aus, äh, von den Spielen aus Gran Turismo. Da gab's auch immer Fahrschulen. Damit du dir die neue Lizenz erspielen kannst. Ich weiß gar nicht, ob das bei den neueren Fahr... äh, Fahrs... Hab ich Fast and Furious gesagt? Ich mein Gran Turismo. Oder? Ich komm jetzt ein bisschen durchschein. Alter, Junge. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen länger schlafen. Ey, Quatsch. Äh, mein Gran Turismo. Damals muss man immer auch Fahrschule machen für die neue Lizenz, dass du dir bessere Autos kaufen kannst. Ich weiß gar nicht, ob das bei den neueren auch so war, ja. Und ob es jetzt bei dem siebten auch wieder so ist. Keine Ahnung, ja. Ich mein, die behalten ja manchmal so ihre Tradition bei, wa? Die Japaner, also... Ah, okay, was? Okay, alles klar. Okay, gut. Essen brauchen wir auch. Gehen wir kurz... Was essen? Eiweichhaltige Nahrung zu sich nehmen, damit der Muskelaufbau funktionieren kann. Weil dann gehen wir in die Muckibude ganz kurz. Ui, Alter, jetzt sind wir aber bewaffnet hier, ja. Gut. Du hast auch weit geschafft. Du hast geschafft, du kleiner Hackfresser, ja. Komm, jetzt hierher damit. Fleischberg-Burger für den richtigen Mann, ey. So, ich geh mit 3 sogar. Oder 2. Reicht auf jeden Fall. Guck mal, selbst hier war das schon. Alter, Trendsetter. Schon zur damaligen Zeit, Bluetooth-Headset. Kopfhörer, mein ich. Alter, krass. Alter, wenn du heutzutage gerne Bluetooth-Headset-Kopfhörer trägst, dann bist du ja out. Dann bist du out. Dann darfst du dich gar nicht mehr auf die Straße trauen. Sag mal, ey, hast du das nicht dir gekocht? Hast du den Tränk verpennt, Junge? Was ist denn los mit dir? Und es muss ja keiner wissen, dass sie dann teilweise auch gefälscht sind, aber sie müssen so aussehen wie echte von Apple, Alter, weil sonst wüsste ich Kuhhudeln. Merkt euch das, okay? Gut. Ihr lernt hier wenigstens auch noch was. Wisst ihr, was ich meine? Ihr lernt hier wenigstens auch noch was. Ist aber ganz schön schnell, ey. Hab ich Muskelmasse verloren? Es sind ja nur 160 Kilo. Maximum erreicht. Lächerlich. Das ist schon das Maximum? Hm. Lächerlich. Ist so leicht, oder? Ist so leicht, einfach. Fett verloren? Höhere Stufen. Höhere Stufen. Höchste Stufe, ey. Verliert man hier nur Fett? Ja, okay. Komm, 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 komm. Einen machen wir noch. Also einmal, dass es noch einmal runter geht, dass es noch... Kondition... Okay, Kondition machen wir. Er wollte mich... Hat mich gerade gefragt, ey. Hat mich gewundert. So, einmal Fett, einmal Kondition noch hoch. Alter Junge. Wenn's so in echt wäre, wa? Wenn's so in echt wäre. Fett. Einmal Kondition noch, bitte. Einmal Kondition. Einmal Kondition, bitte. Hallo? Ja, okay. Echt. Zieht euch das rein in den Körper. Wie gemeißelt. Als hättest du eine Statue zum Leben erweckt. Unfassbar. So, steht meine Karri hier noch? Ja, die steht hier noch. So. Dann wollten wir ja kurz einmal an die Fahrschule gehen. Einfach nur, um das einmal zu testen. Ja, sag mal. Äh, ne. Also da wirklich selber schuld. Einfach selber schuld. Einfach selber schuld. So. Einmal in die Fahrschule, bitte. So. Turning Tricks. Schön, schön, schön. Wih, wih. Alter, was soll das denn? Ach, die könnte man klären, aber wir sind zu dünn. ok der 360 360er dreher ok so ich hätte bei 360 grad aufhören müssen oder sich zu drehen oder wie na egal passt der 180er dreher ok das war scheiße was das war richtig scheiße das war scheiße das war einfach scheiße das war geil das hat doch geklappt muss ich hier wieder rein gesamte ich krieg es nicht hin ich bin zu schlecht so jetzt aber scheiße das war geil was ist denn mit diesem pilon alter ohne witz warum steht der im weg warum sabotiert der nicht 72% das geht besser besser geht es ja nicht und rolliertes schleudern ich sehe da gar kein schleudern alter mach eine pause in meine enge kurze easy was wollt ihr von mir reifenplatzer reifenplatzer ach komm das sind dann mindestens 80% scheiße ja jawohl geht doch was wollt ihr von mir drei runden vollgas ok was für wechselkurs nein startet es doch einfach ein bisschen doof ein bisschen doof boah die kamera kommt gar nicht mit weil ich zu krass bin aber was stand da nicht drei runden gerade mal plötzlich kann ich nicht slide weißt du jetzt wusste ich nur um auf die slide ankommt weißt du denn kriegssinn unfassbar also verhältnismäßig gut für das was man gerade eben gesehen hat 87% nur ok gut pylonen slalom sauber wie viele sind es denn noch ich blick gar nicht mehr durch der neunziger der neunziger ui das waren 44% immerhin oh der war doch schön oh 71% gerade so wheelie slalom so lange wie möglich halten ok ey besser gehts nicht 90 schleuderwende ui was für kurs ändern hör doch auf zu nerven oh 0% einmal nach vorne gefahren sofort 80% besser gehts nicht wir ballern die durch alter abdringmanöver Profi da bin ich Profi oder auch nicht oder auch nicht oder auch nicht ne 23% nur komm 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 das reicht ja wohl oder öh wat 0% ist das hä wieso ist das 0% 0% achso ok 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 alle whoop oooohh ok also so ne so ne so ne rolle komm nein ist mich zerfetzert ey man oh ups komm jetzt das ist doch perfekt das ist doch perfekt nicht nicht ein bisschen bekomme scheiße lag mich alter andere seite ganz besser ich schleudere immer weiter denn sobald ich lande man ich bleib nicht einfach stehen wie eben im video ist doch fake alter ist doch fake das ist doch anime jetzt gewesen ja scheiße man ja wir haben es verstanden besser geht es ja wohl nicht voll stoff durch die city wie wie was 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 ist es jetzt oder was wa ah scheiße ok oooohh ey Junge leg mich noch am Arsch alter ich wollte doch eigentlich nur rein schauen jetzt mach ich die komplett hier alter ja egal scheiß drauf komm 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 kann ich hier eigentlich auch abkürzen oder ist das denn verboten? also hätte ich hier einfach über den platz fahren können? los 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 Fahrerskill ja wir sind so viel Auto schon gefahren und haben erst das Level erreicht ah jaja aber 120 Sekunden, ne? also 50 für hin ist schon gut 10 Sekunden Puffer gehabt ok let's go, let's go, let's go der ballert aber ganz gut, ey oh scheiße, jetzt haben wir Schaden genommen hier, darf man hier einfach durchfahren? wahrscheinlich, ja, ok ok komm, das schaffen wir doch easy von der Zeit 92% ach komm ok ok okay gots es ging auch schneller als gedacht get out the way kleine Ja, Mann. Das haben wir jetzt freigeschaltet, oder wie? Okay, nice. Oh, Alter, was... Was war das mit der Kamera gerade? Was war denn das jetzt? Der Super GT. Auch der Benji, den wir gerade gefahren sind, das ist aus den alten Teil, oder nicht? Der Benji ist doch aus dem dritten, oder? So, schauen wir nochmal in die nächste Mission. Das ist das, was war das? Well, my business associates, they need a little assistance, and I thought of you, friend. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you in the four-door sedan. Excuse me, partner, I got a call coming in. Arrivederci. Eh, whatever you say, bye. Haha, we just angered. Arrivederci. Begib dich zum Auto. Apropos Auto, wo ist mein Auto hin? Wo ist mein Auto hin jetzt gerade eben? Freunde, was soll das? Ah, Junge, wer hat sich diese Scheiße eigentlich ausgedacht? Also einige meinen in irgendeinem Video, das würde in meine Garage gebracht werden, aber ich frage mich, selbst wenn es so ist, Erstmal, welche Garage? Und zweitens, warum? Nehmt ihr es einfach weg? Vielleicht will ich vielleicht mit dem Auto zur nächsten Mission fahren? Hallo? Ich hasse sowas, wa? Mann, 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 äh. Naja, egal. Stehen tue ich es trotzdem nicht. So, aber wir müssen jetzt langsam mal zum Ende der Folge kommen. Da ist er doch schon. Ah, ja. So seid ihr mit euch. Oh! Das wär's jetzt gewesen. Gut. Ich würde sagen, hier machen wir Schluss. Und machen wir am nächsten Mal. Okay, alles klar. Das ziehen wir uns noch rein kurz in das Gespräch. Das ist klar. Obwohl, ich höre hier mittendrin auf. Oho. Das ist eine... Ach, Dein Wegener. Ist das wohl passiert. Oho. Oho. Oho... Oho... Ehh. Oho. 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 Oho, oho. Ich will mir deine Hände auf! Und schnau deine Familie, du snake! Du denkst du kannst mich f***ing 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 f***ing? Ich weiß, du f***ing 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 f***ing. Ich weiß, was du mit dir sprechen? Ah, mein Hände! Wer für du arbeiten? Niemand! Schau dich auf und schau dich an. Ich versuche nur zu machen. Ich versuche meine Hände zu machen. Ich hab' Be estado bez衝ert. Ich habe es fast gemacht. Du hast doch immer genau in diesem Zusammenhang. Sie wissen es! Bist du mein Hände schon zu spielen? Ja, wir gehen hin, Are you there? Gut, chciaery. Wir haben hier Das�leider zu gehen. Le 포 wechs dann drauf. Gut! Aber ich habe hierщо up. Hiergehen wir our next movie, Northern. Seid dabei, lasst gerne, wie gesagt, ein bisschen Liebe für die Videos da. Danke dafür und haut rein. Tschüss.